Liebe Studierende, willkommen zur neunten Videoübung des Semesters mit dem Thema photoelektrischen Effekt. Das Experiment um den photoelektrischen Effekt war tatsächlich ein Rätsel am Anfang des letzten Jahrhunderts und die Erklärung des photoelektrischen Effektes hat die Physiker lange Zeit beschäftigt. Man kann auch sagen, dass die Erklärung nach Einstein des photoelektrischen Effektes hat dann die Entstehung der modernen Physik, die sogenannte Quantenphysik ermöglicht. Und kann man sagen, dass die Erklärung nach Einstein des Effektes war eine Revolution. Erstens, um was es geht. Wir haben auch in der Vorlesung mit dem Experiment gesehen, dass wenn man eine metallische Platte mit elektromagnetischer Strahlung, das heißt mit Licht bestrahlt, kann man Elektronen photoanregen. Das heißt, ist es möglich, die negative Ladung der Materie vom Material sogar zu befreien. Das heißt, mit Licht kann man Elektronen aus dem Material anregen. Diese Situation, diese experimentelle Situation und die dazugehörenden experimentellen Feststellungen lassen sich nicht mit dem Wellencharakter des Lichtes erklären. Wir sind und die Physiker am Anfang des letzten Jahrhunderts waren tatsächlich mit dem Wellencharakter des Lichtes, das heißt der elektromagnetische Strahlung, sehr gewohnt. Aber eben mit diesem Wellencharakter kann man diese experimentelle Situation nicht diskutieren. Einstein hat eine Revolution diesbezüglich eingeführt, weil er vorausgesagt hat, dass Licht neben einem Wellencharakter auch ein Teilchencharakter besitzt. Das heißt, ein Lichtstrahl lässt sich als Strahl von Paketen von Energien darstellen. Das sind die sogenannten Quanten der elektromagnetischen Strahlung, die man als Photon bezeichnet. Nehmen wir an, dass wir betrachten als Lichtquelle eine sogenannte monochromatische Lichtquelle, das heißt eine Lichtquelle bei einer wohl definierten Frequenz, sprich Wellenlänge. Zum Beispiel, wir betrachten einen Strahl von grünem Licht oder von rotem Licht. Einstein hat somit gesagt, dass jede einzelne Pakete des Strahls, das heißt jede einzelne Photon des Lichtstrahls, besitzt eine Energie, gegeben durch die sogenannte Planche-Konstante mal die Frequenz der Lichtquelle. Oder anders geschrieben wäre es die Planche-Konstante mal die Lichtgeschwindigkeit, geteilt durch die Wellenlänge der monochromatischen Lichtquelle. So ein Paket von Energie kann von meinem Material, das heißt in diesem Fall von meiner metallischen Platte, absorbiert werden. Mit dem Teilchencharakter des Lichtes kann man dann den photoelektrischen Effekt mit Hilfe einer Energiebilanz beschreiben und physikalisch darstellen. Das heißt, was man machen kann, man kann sich ein Material, so irgendein Stoff, in einem Energieschema als Energieloch darstellen. Und tief in diesem Loch sitzen die jeweiligen Elektronen, die zu diesem Stoff, zu dieser Materie gehören. Die Tiefe des Logs, des Energielocks, ist als Austrittsarbeit definiert oder bekannt. Und diese Austrittsarbeit ist eine materialspezifische, charakteristische Größe. Das heißt, mit der Austrittsarbeit definieren wir die Tiefe des Logs, das heißt die kleinste mögliche Energie, die man anwenden muss, um mindestens die Befreiung der Elektronen, der negative Ladungen aus dem Material zu ermöglichen. So, wir können uns diese Situation vorstellen. Das heißt, mein Material kann ein Photon absorbieren, das heißt ein Paket von Energie, eben ein Quantum der elektromagnetischen Strahlung und bei einer monochromatischen Lichtquelle, zum Beispiel im grünen Bereich, diese Energie besitzt diesen Betrag hier. Und diese Menge von Energie ist von einem einzelnen Elektron absorbiert und wird erstens benutzt, um die Austrittsarbeit zu kompensieren. Das heißt, damit mein Elektron mindestens sich von Material befreien kann. Was noch übrig bleibt, wird in Form einer kinetischen Energie vom Elektron benutzt, um sich im freien Raum zu bewegen. Aus dieser Erklärung, aus dieser schematischen Darstellung des photoelektrischen Effektes, können wir jetzt schreiben eine Energiebilanz. Und zwar, dass die Energie des Photons aus meiner monochromatischen Lichtquelle ist dann umgewandelt in eine Austrittsarbeit, damit mein Elektron nach Absorption des Energiepakets mindestens befreit werden kann. Plus, was übrig bleibt, eine Menge von Energie als kinetische Energie. Diese ist dann eine Energie für die Bewegung des Elektrons im freien Raum. Wir können jetzt diese Energiebilanz weiterentwickeln und können wir auch schreiben, dass diese Austrittsarbeit, wie bereits erwähnt wurde, entspricht auch der minimalste, kleinste möglichen Energie, die mein Photon liefern muss, um mindestens die Befreiung des Elektrons zu ermöglichen. Und das können wir auch darstellen als Planche Konstante mal eine charakteristische Grenzfrequenz. Diese Grenzfrequenz ist auch dann eine materialspezifische Größe und ist eng verbunden mit der Austrittsarbeit selber. Die kinetische Energie lässt sich auch messen im Experiment, wenn wir eigentlich diese experimentelle Anordnung berücksichtigen. Das heißt, wenn mein Elektron nach der Befreiung als Folgen des photoelektrischen Effektes in einer Potentialdifferenz sich befindet. Das heißt, wir können zwischen beiden Elektroden, eine davon ist tatsächlich meine metallische Platte, können wir eine Spannung, sprich eine Potentialdifferenz anlegen. Und wir können so eine Spannung aussuchen, sodass meine befreite Elektronen vollständig gebremst werden in diesem Raum. In anderen Worten, man sucht eine sogenannte Bremsspannung oder Gegenspannung, sodass die kinetische Energie der befreiten Elektronen vollständig in einer Differenz von potenzieller Energie sich umwandelt. Das heißt, man wird eine Batteriespannung zwischen beiden Elektroden anschließen und zwar mit einer Polarität, die so gerichtet ist, damit die befreite Elektronen tatsächlich gebremst werden. In anderen Worten, wird meine metallische Platte wie eine Anode wirken und diese Seite der Anode wird wie eine Elektrode wirken. Das heißt, diese kinetische Energie lässt sich dann auch beschreiben oder definieren als Produkt zwischen die Elementarladung des Elektrons mal diese charakteristische Gegenspannung oder Brennspannung, die notwendig ist, um eben diese Potentialdifferenz zu ermöglichen. Was wir auch sehen aus dieser Energiebilanz ist, dass diese Brennspannung tatsächlich eine lineare Funktion der Frequenz meiner monochromatischen Lichtquelle ist. Dies ist auch eine wichtige experimentelle Feststellung aus dem Experiment des photoelectrischen Effektes. Jetzt in unserer Situation, wie in der Aufgabe beschrieben ist, haben wir mit einer unbekannten metallischen Platte, das heißt mit einem unbekannten Material, aber wir wissen, dass wir in dieser experimentelle Anode das Material mit zwei monochromatische Lichtquelle bestrahlen. Das heißt, wir kennen die Wellenlänge, sprich die Frequenz der Photonen von unserer Lichtquelle und wir kennen auch aus der Messung der Gegenspannung und der Bremsspannung, die jeweilige Bremsspannung oder Gegenspannung für die zwei monochromatische Lichtquelle. In anderen Worten, wir können jetzt diese Energiebilanz anhand der Angabe des Problems zweimal schreiben. Erstens für die monochromatische Lichtquelle mit der Wellenlänge Lambda 1, das heißt die entsprechenden Photonen besitzen diese Menge von Energie, sprich Planche Konstante mal Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Lambda 1 und dies muss gleich sein nach der Erklärung von Einstein aus Drittsarbeit plus E mal U1, wobei nochmals U1 ist die notwendige Bremsspannung oder Gegenspannung, die man anwenden muss, um eben die befreite Elektronen bei solchen Photonen in diesem Raum vollständig zu bremsen. Aber das Gleiche können wir auch für die zweite Lichtquelle schreiben, das heißt mit der Frequenz µ2 oder mit der Wellenlänge Lambda 2. Und dies ist dann gleich der Summe Austrittsarbeit, selbstverständlich es handelt sich immer um das gleiche Material, so ist die gleiche Austrittsarbeit plus E mal jetzt U2, weil U2 ist die nötige Bremsspannung oder Gegenspannung, die man bei Elektronen anwenden muss, photoemittierte mit dieser Lichtquelle, das heißt mit Photonen dieser Energie. Damit haben wir ein System von zwei Gleichungen und zwei Unbekannte und wir können jetzt eine Unform von diesem System von Gleichungen berücksichtigen. Zum Beispiel können wir die Differenz zwischen beiden Gleichungen bilden und was dann folgt, ist folgende Formel. H mal C und das multipliziert 1 über Lambda 1 minus 1 über Lambda 2, das muss dann gleich sein E mal U1 minus U2. Und können wir jetzt beide Gleichungen auch nach H, nach der Planche Konstante, lösen und dann die zwei Gleichungen gleichsetzen. Und was man bekommt, ist dann folgende Formel, phi plus E mal U1, das heißt Austrittsarbeit plus diese potenzielle Energie, mal Lambda 1 durch C muss dann gleich sein, Austrittsarbeit plus E mal U2 und das Ganze multipliziert mal Lambda 2 geteilt durch C. In anderen Worten, wir haben jetzt eine Unformung des ursprünglichen Systems von zwei Gleichungen und jetzt aus diesen Gleichungen können wir die Unbekannte der Aufgabe bestimmen. Das heißt, diese experimentelle Anordnung oder die Aufgabe selber beschreibt eine experimentelle Anordnung, die mir ermöglicht, einerseits die Bestimmung der Austrittsarbeit für diese metallische Platte, andererseits können wir diese experimentelle Anordnung auch benutzen für die Bestimmung der Planche Konstante, eine universelle Konstante oder Größe der Physik. Wir können diese Gleichung nach H lösen und was man hat, ist dann E als Elementarladung des Elektrons mal U1 minus U2, das Ganze dividiert durch C mal 1 über Lambda 1 minus 1 über Lambda 2. Und wir können jetzt diese Gleichung nach phi lösen, das heißt nach der Austrittsarbeit und das ist gleich E und das Ganze multipliziert. U2 mal Lambda 2 minus U1 mal Lambda 1 geteilt durch Lambda 1 minus Lambda 2. Wir sehen, dass in dieser experimentellen Anordnung, wenn wir die Wellenlänge der jeweiligen monochromatischen Lichtquelle kennen und in dieser experimentellen Anordnung die Gegen- oder Bremsspannung für beide Quellen messen, dann haben wir die Möglichkeit, die Austrittsarbeit sowie die Planche Konstante zu bestimmen. Wir gehen davon aus, dass die Elementarladung des Elektrons sowie die Lichtgeschwindigkeit bekannte Größe sind. Mit diesen Aufgaben hatten wir die Gelegenheit, die Informationen oder besser gesagt die Erklärung des fotoelektrischen Effektes anzuwenden und wir konnten somit uns mit einer revolutionären Idee der Physik nach Einstein auseinandersetzen. Ich freue mich auf die nächste Videoübungen mit Ihnen. Ich freue mich auf die